Heute geht's nach Berlin zum Shooten im Fotostyle-Studio und das war auch eine richtige Überraschung. Also komm mit! Wenn du mal in Berlin bist und ein Fotostyle suchst, kann ich das Fotostyle Berlin nur empfehlen. Auf 151 Quadratmetern findest du tolle Sets von Chevy Chic bis Goldene Zwanziger und noch viel mehr. So, hier sind wir im Studio. Das erste Set begann ich mit dem Workshop Light the Pear. Besonders cool mit dem rauen Hintergrund und ein paar Tanzfotos in einem Strickkleid. Ein bisschen Make-up retuschieren und schon geht's weiter zum nächsten Set. Das fand ich ziemlich cool, weil es so an die Goldenen Zwanziger in Berlin erinnert. Ein bisschen dekadent sich dann auf der Couch zu flätzen. Aber so waren die Regieanweisungen des Fotografs. Das ist der hinterste Teil des Studios, wo man richtig tolles Tageslicht durch die Fenster hat. Hier also kein Blitz, einfach nur das Gegenlicht genutzt. Und dieser Raum ist ziemlich cool mit einer Bettdecke aus Peiletten. Ein Look dieses Tages war sozusagen sehr glamourös mit aufgelockten Haaren und Hochstreckfrisen. Natürlich musste das dann am Ende des Tages zerstört werden. Und das war in der Shooting-Dusche des Studios. Auf Patreon hatte ich dann eine Umfrage gemacht und du hast gewählt, welche Fotos ich bearbeiten sollte. Mehr Bilder dazu gibt's also auf Patreon. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wir sehen uns. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!